Guten Morgen, liebe Sorgen, ein neuer Tag ist angebrochen, keine Ahnung was meine Nachbarn da machen, auf jeden Fall, heute geht's nach Frankfurt, wir sind auf einer Party eingeladen, ich finde mein Stativ nicht, fuck, okay, ich hab's gefunden, ich packe gerade meinen Koffer, es geht jetzt für eine Nacht dahin und, ähm, ja, ich kann mir meine Haare nicht föhnen, weil, mein Föhnen ist kaputt gegangen gerade, eh, scheiße, leck, also Leute, das ist jetzt mein jetziges Outfit, ab Jordans an, Leggings, so ein Oberteil, das ist hinten, rücken wir frei, wir sind jetzt im Auto, wir sind etwas im Stress, wir müssen, äh, es ist weh, wie immer, wir sind irgendwie immer viel zu spät und müssen jetzt nach Frankfurt flitzen, Alter, müssen wir in den Shop gehen und zum Teddy, ja, weil wir brauchen einige Sachen, Leute, wir hatten so Hunger, jetzt haben wir uns einen Döner gekauft, ich hab's nicht bis Manga-Döner geschafft, wir waren gerade hier in Bonn und wir essen das jetzt und wir müssen ganz schnell den Shop und dann müssen wir ganz schnell losfahren, nach Frankfurt, endlich mal, Alter, wir haben mittlerweile für 16, 15 Minuten, wir wären schon von 2 Stunden da gewesen, guten Hunger, danke dir auch, Leute, guck mal, wann wir ankommen, 16.16, eben hatten wir 15.15 auch schon als Ankunftszeit, und 14.14 haben wir auch gesehen, ja, krank, diese Zahlen verfolgen uns, sie verfolgen uns seit Monaten, also die Kamera nimmt das so aus, wir sind auf dem Weg nach Kroatien, die sind jetzt da mit der Milch, in echt sieht das geiler aus, gib uns die Roomtour, wir müssen so wirklich wie Nikita Dragon machen, ja, Mann, hä, das ist doch voll geil, das ist voll groß, oh mein Gott, das ist geil, oh mein Gott, das ist wunderbar, ey, 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 ey Wir sind potenziell, bewerben uns als potenzielle Freundinnen. Ich habe die Anfrage bitte anragend. Ich habe alle Freundschaften. Ey, Bessnick, wo bist du? Beeil dich. Junge, schwingt deinen geilen Arsch hier runter. Ich bewege mich. Ich fühle mich wie bestellt und nicht abgeholt. Bessnick ist jetzt da. Ach, er kommt. Ich habe ihn manifestiert. Ich habe ihn manifestiert, Junge. 3, 2, 1, los geht's. Halt. Los geht's. Party to party. Ach so, der fragt nach Schockgläser. Party to party. Party. Ja, das erinnert mich ein bisschen an. Alter, wie viel Quatsch der. Können wir das auf den Weihnachtsmarkt? Machen, musst du irgendwie reichen? Was? Alter, wie dumm. Fett. Junge, wir werden jetzt trinken. Party. Irgendwann streiten ich schwöre. Hör mal ihren Bauch an. Ich schau dir mit meinem Elf an. Das ist alles fertig. Ich hab mal gesagt noch gefett. Oh mein Gott. Wir haben echt Schottgläser. Ich wollte euch mein Bauch zeigen. Oh, geil. Riechst du, das ist fett. Mama mehr. Ey, guck mal. Komm ab. Das wäre krank. Das wäre krank. Sexy. Hier riecht's voll gut. Hier riecht's nach. Alkohol. Ich auch. Da ist ein Spiegel. Auch ein Spiegel. Aber stopp. Ah, hier ist einer. Ein Spiegel. Ach, krass. Ach so, kleine Roomtour. Willst du das übernehmen? Ja. Okay. Okay. Warte. Party zu Party. Ja, mach die Tür zu. Ja, mach die Tür zu. Ja, war eine geile Idee. Ich schwöre es dir. Warte, ich will mit meinem Handy auch gleich sie aufnehmen. Polizei. Polizei. Wir haben nicht geprüftelt und wir haben auch heiße Wasser zu tun. Hahaha. Hahaha. Wir möchten nichts kaufen. Hahaha. Hahaha. Vielleicht vielleicht ich machen will ich was. Oder vielleicht ich mein Schott drehen. Ja. Wir sind da. Hahaha. Ey. Ey. Lass mal was trinken. Ja. Komm, wir trinken. Das Bad ist nicht schlecht, gell? Ja, schon. Das sieht echt nicht schlecht aus. Alter, wir haben jetzt mal die Arten zu ziehen. Wir wollen, ob das echt so ein Video machen müsste. Okay, lass nur drinnen schon trinken. Juhu. Das geht. Juhu. Juhu. Wann war es jetzt mal September? Das ist so nack. Das erste Mal. Wir waren so. Und das erste Mal, dass Nido dabei ist. Boah. So, ne? Stink. Das wusste ich nicht. Also, wir machen uns jetzt fertig. Because Alkohol macht schön. Alkohol ist gut für eure Diät. Falls ihr so eine Figur haben möchtet. Sie hat nur gesoffen. Kein Essen, kein normales Trinken. Nur Alkohol. Ich schwör. Okay, ich muss mich kurz ausziehen. Zieh dich aus. Geile Sau. Ah. Ich ziehe, glaube ich, das Bani Kostüm wieder ein. Ich habe auch meinen Schlafanzug mitgenommen. Und ich habe ein Notfalloutfit. Die leuchten, Leute. Und Nilo hat uns gerade ein bisschen was vorbereitet. Und ich habe die Gäste nicht aufgenommen. Hahaha. 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 Also. Aaaaah. Warte. Dvoin der 2X. Haaaaaaaaa. Hahaha. Wir sind gerade auf TikTok und Insta und keine Ahnung wo alles live. Wir sind noch nicht umgezogen, wir ziehen uns zu spät, aber ich blende euch Videos ein. Bis zum nächsten Mal. Hey, 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 hey. Oh, was liegt hier? Hey, hey. Hey, wir trinken alle. Cheers, cheers, bitches. Also Besnick hat Nasenbluten, weil die los mit dem Nagel oder so drangekommen. Mal kurz gucken, wo das blutet. Okay, Leute, wir sind gerade vor der Polizei abgehauen. Wir waren ja auf der Party. Wir sind gerade vor der Polizei abgehauen und sitzen jetzt hier mitten in Frankfurt. Im Nirgendwo. Ja, im Nirgendwo. Wir suchen jetzt was zu essen, weil wir haben Hunger. Wir haben so viele Mädels hochgeholfen beim Klettern, meine Nägel. Guck mal, einer ist sowieso schon weg und die anderen sind alle am Abbrechen. Ich glaube, fünf Mädels haben mir hochgeholfen, über den Zaun zu klettern. Das Ding ist, okay, wir fassen den Arm kurz zusammen, ja? Ich f*** mein Leben, es gibt kein Zusammenfass mehr. Ich f*** mein Leben. Besnick hat aus der Nase geblutet, weil Nilo hat ihm eine Faust gegeben. Geil, Lo. Ich hab gekocht. Ach so, er hat auch noch gekocht. Ja, gib uns deinen Namen, dann markieren wir dich. Er hat style, bitches. Klärt euch hier sein Name. Wir gehen jetzt was essen, bitches, weil wir haben Hunger. Wir haben hier fünf neue Freunde gefunden. Wieso, wen hast du? Ein paar tausend. Die Polizei ist gerade alles vorbeigefahren. Die ist jetzt da hinten irgendwo. Ich schobst du mich in ganz vielen YouTube-Vios, meine Damen und Herren. Das wird nur ein Video. Egal, dann will ich mich in einem Video sehen. Das ist übrig geblieben vom heutigen Abend. Ich werde hier eigentlich auch was hängen, aber das ist weggefallen. Besnick! 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 Wo bist du? Besnick, Junge! Besnick! 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 Wie sowieso aussieht! Nilo! 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 Können wir jetzt was essen? Ich mach' mal verhungern. Was geht das denn? Um es ganz kurz zusammenzufassen. Wir haben gerade 100, keine Ahnung, fünf Leuten oder so geholfen, den Zaun hochzuklettern, um vor der Polizei abzuhauen. Wir chillen jetzt hier, Kresnik! Wir sind hier am chillen, weil wir warten auf unseren Ober und wir haben unten noch mal Hunger. Ich weiß nicht, was das ist, aber das ist die Polizei. Hallo? Leute, schnell! Kommt hierhin! Die Polizei ist direkt vor eurer Nase. Nilo! Besnick! Am Party zu Party! Da war gerade die Polizei schon wieder. Junge, wir dürfen nicht so laufen, wir müssen nicht auffällig sein. Wir gehen jetzt in unser Hotel und danach geben wir was, also wir gehen jetzt was essen und dann in unser Hotel. Ich hab heute zwei Tequila-Flaschen getrunken alleine. Goodbye, mein Lover. Goodbye, mein Freund. Der Abend hätte echt anders enden können, aber es tut mir leid. Bye, bye. Genau. So. Oh, ist everything close? We need to eat something, please. We come from Cologne extra to Frankfurt to this city. And we need to eat something, please. I please you. I ask you. I ask you, please. Can we... Is here something like the Kolbstrasse? Keine Ahnung, aber Leute, wir müssen ganz schnell essen. Ich bin zu hungrig. Immer die Karte oder... Oder Bock? Keiner. Ich hab Angst, weil... Okay, ich geh alleine. Komm, wir gehen. Und ich hoffe, die bleiben nicht lange. Du hast mir einen Winst gekauft, weil du deine Nippel. Alter, wie lange hab ich keinen Chips mehr gegessen? Ja, Leute, das ist der nächste Morgen, Bitches. Hey, 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 Leute, guck mal. Alles war voll in unsere Tasche mit einem Euro-Dollar-Zeichen. Ein Euro-Dollar-Zeichen. Dollar-Zeichen. An Lili-Lila. Oh, nein. Darin haben wir gestern gebadet. Warum kommst du so rein? Mach ein TikTok und schreibe dazu. In Deutschland strippen gehen. Lass mal zählen, lass mal zählen. In Deutschland kriegst du 10 Euro. Oh, das ist ein Geier. Warte mal, ist das auch einer, einer, einer? Alles ist eins. Aber es fühlt sich gar nicht so fake an. Aber das riecht voll fake. I need a dollar, dollar, dollar is all I need. Hey, hey. Wenn man in Deutschland strippen geht. Hey, 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 rich kids. Leute, die Sonne scheint. Das gibt uns Flips-Gefühle. Jetzt geht's ab nach Hause. Das Bett ist so schön. Ja, aber die Pots gehen gar nicht, Alter. Partys und die Essensmöglichkeiten hier sind eine Katastrophe. Oh mein Gott, geil, Junge. Ich auch. Wir müssen mal nach Frankfurt kommen und bleiben. Freitag bis Sonntag. Aber gestern alle verblühen. Alter, die sieht ja unheimlich geil aus, Sam. Wir müssen nach Dubai, Alter. Guckt der noch? Ja, der tut sich schon aus. Guckt der noch? Die Frau schaut voll Stier. Wollt ihr eine Familie? Sieht euch wie immer aus Köln, Alter? Frankfurt, Allah. Frankfurt, Allah. Wir finden den Weg in die Licht. Wir bringen jetzt Bessi zum Bahnhof. Ich hab's noch ein Ticket drauf. Das graue Auto ist. Parken wir mal da ganz kurz, dass ich nur kurz aussteigen möchte. Unabhängig. Nee, behindert schon. Pass. Das war schon geil, so, weil wir es gar nicht gemacht haben. Boah, geil, ja, aber du total. Ich hab geblutet, ich hab gequatzt. Das hab ich alles. Ich bin dann auch noch gefallen. Goodbye. Mal, aber. Mal, mal. Goodbye. Oh mein Gott, ich bin aus meiner Krieg-Krankung. Hey, was ist denn noch? Sieht man den noch? Nee, warte. Jetzt ist es zu langsamer. Warte, 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 warte. Ah, seine Bank kommt mit 10 Minuten. Ich hoffe, der packt das. Wo ist der? Da kommt er. Ey! Ist das nicht wisslich! Ey! 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 Vielen Dank.